Guten Morgen ihr Bärn und natürlich Zuschauer. Ich bin hier ja wieder am Leveln. Ich muss nur die richtigen Mobs finden. Ich hoffe es kommen keine Spiele. Ich bin wieder ein bisschen... Paranoia. Toll, weißt du, da kommst du einen Bonus über jeden Tag und kannst ihn nicht machen, weil keine Mobsters. So. Ah, das ist auch lauter geworden. Ich freue mich. So. Ja, der Gunnar Bergmann ist hier. Der Gunnar. So, mal ein paar Gorbosh-Chefwachen töten. Ähm, wir haben... Nur Loot momentan. Ja, ist alles noch vom Stream vom 24. Oder was? 23. Ich sehe gerade kein Datum, weil ich auf Zeitstopper habe. Ja, hallo. Ähm, wir scannen nachher nochmals um, wenn der Bonus dann aus ist. Mir wurde gesagt im Stream, ja, ich sollte doch wiederverwertete Pfeile oder wie das heißt, nehmen. Wiederaufladbare glaube ich heisst. Okay. Aber wiederverwertete passt besser. Man tut sich magisch die Pfeile wiederverwerten, indem man Leben und Mana schenkt. Hey, hier sind so viele Goblins plötzlich. Die sterben sicher bald. Ich freue mich so am Morgen wieder zu leveln. Sonst habe ich ja fast keine Zeit mehr. Morgens nehme ich auf. Vormittags trainiere ich. Mittags mache ich bisschen Ruhe. Um eins fängt wieder das Aufnehmen an. Und um drei Uhr habe ich Livestreambeginn. Heute ist um acht Uhr Fußball. Da muss ich natürlich als Fan zugucken. Ich kann schon nicht an die Matches gehen wegen meinem Geld. Wegen den Geldsorgen. Auch wenn manche günstig sind, kann ich leider nicht gehen. Auch weil ich kein Verkehrsticket, nichts habe. Ich müsste alles teuer kaufen. In der Schweiz ist alles besonders teuer. Und deshalb bin ich da ein bisschen angeschränkt. Aber ich bin im Herzen immer beim FC Pausen. Auch weil sie so gut spielen. Vor allem international. Wir haben schon elf Punkte. Also sind wir vorne. Wir haben schon neun Spiele gespielt, glaube ich. Und die zwei Platzierten Young Boys haben eine Krise. Die haben einfach Probleme mit ihrem Sportchef. Und die drei Platzierten, die versauen sowieso recht viele Spiele. Okay. Meisterschaft zum achten Mal hintereinander. Und zum zwanzigsten Mal seit der Gründung des Vereins. Mehr hat nur Geze, also Grasshoppers Club Zürich. Die haben alle Titel früher geholt, als Bassen noch nicht so stark war. Oder noch nicht existierte. Und 2004, glaube ich. Einfach weil wir gerade in der Krise ja nicht. Einfach halt nach zwei Titeln nicht mehr so stark waren. Und dann haben wir 2006, 2007 und 2009, glaube ich, den Titel nicht geholt. Die haben sonst alle abgeholt. Ja, ist wie bei einem Mönchen in der Schwarz. Okay, dann. Ähm, können wir nachher am besten nach links. Ja, aber da sind Wölfe. Die Goblins sind so leicht, aber die Wölfe sind so geschick. Die haben so, ähm, gute Ausweichchance. Irgendwie so etwas einfach, dass ihnen was nervt. Schön, dass wir hier noch sind. Gut. Boah, ich hab so kalt, in so einem Bauhaus zu wohnen. Boah. Also, das erbe ich nicht weiter. Und wenn ich dann eventuell ein bisschen reicher bin, werde ich mal umziehen. Nach Basel. So. 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 bueno, so. Danke, dass ich so abgelenkt bin. Ich drehe mich sowas von aufs Sterben. Kein Loot, fast tot. Ähm, ich hab auch Pei. Schlechte Zeit zum Aufnehmen, weil meine Schwester und mein Vater... kalt... Ich hab auch Pei. So, jetzt gehen wir umscan. Fertig. Müssen leider laufen. Ich hab kein Teleporter. Will auch kein Teleporter benutzen. Ja, das ist ungefähr sicher. Also das nehm ich raus. Ja, die zwei kann ich lassen. Müsst ihr mal schauen, was ich so mache. Ähm, das mit dem Ding nehm ich raus. Mit dem, äh... Ja, reflektieren vielleicht. Müss ich schauen. Aber irgendwas hab ich jetzt geskillt, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich weiss nicht, soll ich den lassen? Fragen überfragt. Oh, ich friere. Mein Vater will nicht heizen. Ich freu mich ja so. Meine Katzen spinnen. Haben wir sie wieder runtergelassen. Schön Freiheit geniessen können. Und machen so was von leer. Die haben einfach Probleme. Tiramesta. Hallo, Tiramesta. Chiruliano aus Hermetica. Uh. Spanier. Nächstes Mal Doppelklick. Geht aber. Ich klicke nicht einmal. Oder hab ich dreimal geklickt? Keine Ahnung. Hm. So. Niemand Party. Dann bin ich wieder in der Party. Nein. Schau jetzt immer. Haha. Wo es keinen Sinn hat. Naja. Okay. Machen wir raus. Haben wir keinen Loot mehr zu holen gerade. Haben wir eigentlich keine Quests? Wann haben wir wieder Quests? Also ich weiss schon, dass man nicht mehr viele Quests oder gar keine Quests mehr hat. Aber ich hätte doch keine eine Quests noch. Ich bin 48, vielleicht mit 50. Hm. Was war letztes Mal bei Valhalla? Da gab's glaube ich... Da haben wir glaube ich diese Quest gar noch nicht gemacht mit dem 40. Hm. Naja, egal. So. Kräfte zurücksetzen. Trainieren. Also Falkenblick unbedingt. Geschultes Auge. Können wir mitnehmen. Voraussicht. Ja. Fokus. Nö. Das ist nicht. Hier Leichtigkeit einfach wieder. Ähm. Spezialisten. Allgegenwärtigkeit. Adlerauge. Nein. Geschicklichkeit. Parabellschuss. Ich hoffe ich vergesse nichts. Krälenfuss. Ja. Ablenkungsschuss hat wieder. Ich weiss nicht. Krälenfuss Ding hat so wenig Reichwert. Könnte ich eigentlich schon machen. Ja. Wir lassen das mal noch. Vergeltung nehme ich jetzt mal nicht. Aber hier hätte ich gern halt wieder etwas. Ja, es ist eigentlich Pflicht. Aber zuerst machen wir das. What? Das muss ich. Darf ich nicht nehmen. Ja, es ist halt jetzt wiegt der wegen dem. Aber ich brauche das. Und dann nehmen wir das nicht. Nehmen wir das einfach. Mal ein bisschen. Mal ein bisschen schauen. Wie teuer sind die Punkte? Das ist schon wichtig. Ey, das ist nicht normal. Ja, Leichtigkeit ist jetzt so wichtig. Ich weiss nicht wie's können. Na, nicht das. Das da. Das da. Das da. Das da. Ähm. Wieder Flautball Pfeile. Ich muss das nehmen. Aber was soll ich rausnehmen? Kleinen Fuß. Pfeile. Haben halt dort können es dann. Ich nehme Feuer, Regen, Arkanschlag. Äh. Arkanschlag. Nehmen noch was raus. Das ist alles 25 reichert. Das ist unfair. Hey. Der Schütze ist zu nichts nütze. Ich habe Probleme. Ich habe Skillungsprobleme. Und die ist. Hm. Ich brauche. hier. Ätherischen Pfeil. Und den zurück. Und den hoch. Minus 40 mal. Minus 30 ist unter. Ist schon extrem. Aber. 40 Schattenbonus ist ja super eigentlich. Aber das geht so schnell weg. Ich müsste den aktivieren. Und wenn ich Falkenblick deaktiviere. Äh. Wenn ich Falkenblick aktiviere. Den deaktivieren. Dann mache ich das hier rein. So. Okay. Ich. Weiss jetzt wirklich gerade nicht. So. Ähm. Pfeil. Ähm. Wieder Falkenblick. Wieder Falkenblick. Pfeile. Mache ich jetzt mal hier hinten. So. Haben wir sonst nichts. Spezialist. Ist auch passiv. Hm. Gut. Ja. 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 Ich denke. Ich bin auch mal an den Bind. Ja. Vielleicht oben leben. Hä. Ja. Ich denke. Ich gehe mal nach oben. Also. Ich denke. Ja. Am Abend. Weil ja. Livestream ist. Und die meisten sowieso Regenung sehen wollen. Mache ich mal am Abend nicht mehr. Tut mir leid für die, die gerne auch zwei Parts hätten pro Tag, aber es ist halt einfach momentan schwer, auch weil ich lange Livestream gerne auch halb Livestream und halb Let's Player wäre. Und auf jeden Fall könnt ihr die Livestream immer schauen, ich lade sie ja hoch, beziehungsweise tue sie so aufnehmen, dass sie auch erscheinen auf dem Kanal. Und ich schaue, dass ich die ganzen Dinge hinkriege, weil YouTube nimmt nur zwei Stunden auf Livestream. Dann tue ich jede zweite Stunde halt kurz fünf Minuten pausieren und tue dann die Videos, also so, dass die Videos hochladen und ich dann weiter streame, wenn es geht. Ich denke, es braucht keine Internetleistung, bin mal gespannt. Okay, wir werden jetzt ja nicht leveln, warum habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich gehe mal zu den anderen und dann schauen wir mal, was die so machen. Leider kann ich auch nicht gut aufnehmen während dem Livestream. Andere machen das. Ich bräuchte ein anderes Aufnahmeprogramm, das nicht spackt, wenn es Internet schlecht ist. Also überlastet. Nicht überlastet, aber so einfach. Ja, ja, Frebs hakt ein bisschen, wenn irgendwas hochlädt oder am Laufen ist, wie zum Beispiel in einem Livestream. Ich weiss, ich habe es nicht optimiert. Es ist, glaube ich, 2013 zuletzt geupdatet worden. Auf jeden Fall werde ich, sobald ich mal richtig Geld habe, ein gutes Ding kaufen, Aufnahmeprogramm. Warte, einfach mal schauen, ob es vielleicht mit NVIDIA gut geht. Made me die. Made my day. Was sind die Sürden schon sauer? Komm, ich gehen. Ja, ja. Ein bisschen brüllen. Ich bin der Chef dieses Welsen. Der König von Alcius. Ja, jetzt sind sie verreitelt. Jetzt haben sie sowas. Jetzt können wir Manny annehmen. Kommt schon, Leute. Wir gehen. Hopp. Ja, äh, pfff. Hallo? Du musst aber los. Ich komm, ja. Hey. Jetzt komm. Gehen Sie zu zweit. Darf Zerion. Hm. Gut. Langsam verstehen Sie wahrscheinlich meine schwarzen Humor-Sachen. Gut. Suki. Los jetzt. Hey, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja, ich kann leider nur noch sieben Minuten aufnehmen, aber wir werden mal schauen. Ja, ich werde wieder am Abend nach dem Live-Steam aufnehmen, so 23 Uhr. Ja, heute ist es später. Heute kann ich nicht. Morgen ist es auch... Ja, morgen vielleicht später. gestern war niemand mehr am Schauen und ich habe einfach auch keinen Bock mehr gehabt. Und die Videos waren lang und alles mögliche. Ja, webe. Gehen wir. Martelluna. So, einer geht mal los. Jagen. Ein einfacher. Hast du Chance gegen die? Ja, das ist ein Jäger. Er geht jetzt runter. Geht nicht nach Samma. Komm, wir gehen doch Manny. Was ist jetzt los? Manny ist ja... Ich denke, wir gehen Samma, weil ich nach Manny gehen. Ach, kommt jetzt. Es ist langweilig. Ja, gut. Und wohin machst du den Port? Ja, verpuff. Okay, südwestliche Brücke. Ähm. Okay. Du gehst nach Alger. Oder wo ist das? Ja. Hier. Okay. Los. Die anderen sind auch unfair. Also bitte. Hm. Die greifen um halb acht Uhr an. Da bin ich noch am Schlafen. Das geht nicht. Recky. Recky. Bisschen Recky machen. So, die vier Minuten können wir noch irgendwas machen hier. Ja, nicht ganz vier Minuten. Ja, draußen ist es heiß und drinnen. Es ist eiskalt. Wir haben immer so ein tropisches Wetter. So, so. Hässlich. Hm. Dann schauen wir mal, hä. Ist ja nie mehr da. Komm. Los. Los. Hol dann. Ich könnte mal Adler als Falkenblick arm machen. Dann drauf halten. Danke. Ich gehe ein bisschen zurück. Ich gehe an die Säle. Komm, das schaffen wir in diesen Minuten noch. Ja, leider. Ist das das Mana, das Problem? Wie weit Reichweite hast? Wie lange ich einfach mal... Schlimm. Hm. Schlimm. Ich habe keine Chance gegen den Wächter. Beziehungsweise mache keinen Schaden. Was ist denn? Es regt auf. Gehen noch meistens Schritte. Weiter. Rein. Ja, kann keinen Zauber mehr. Also, ja, ich mache ihn da aus. Den soll es anmachen. Ich tue nur den einsetzen. Hallo. Wie haben die den hochgestuft? Sicher strahlt euch. Ja, ich habe es gesehen. Hm. Ich will mehr Schaden machen. Das ist nicht fair. Ja. Wenn ich ein gutes Akilb habe, dann zerstöre ich den. Wir sind ja sowieso... Also, ihr könnt davon ausgehen, dass ich das lange spielen will. Halt nicht pro Tag lange, aber... Ja, das ist ja klar. Das kann man halt einfach nicht anders. Okay, ihr wisst ja, wie die Forts gehen zum Errobern. Ich denke, wir schaffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss. Tschüss.